hey leute was geht ab wir spielen call of duty 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 ja mal kein hardcore mal schauen wie es läuft und es läuft natürlich nicht gut wir spielen abschuss bestätigen eins muss ich sagen mich langweilig zu spielen weil einfach zu viele camper unterwegs sind weil alle nur campen 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 und es leckt einfach das spiel warum auch immer spiel mit 91 fps aber es leckt einfach abschuss bestätigt ja ich bin ein sniper muss aber mal hocken in der ecke weil ich einen kleinen penis habe alter waren der roten jetzt ja 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 Verbündete SACOM aktiv Abschluss bestätigt SACOM bereit Ah mein Gott Unsere Gott Jetzt haben wir ihn hier aufgehoben Ah jetzt klingelt's Telefon Um Zeitliches Abkommen gesichtet. 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 Feindliches Abkommen gesichtet. Feindliches Abkommen gesichtet. Zeitliches 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 Abkommen gesichtet. Schmeißen wir noch hier unsere Chakka-Frau weg. Zeitliches Abkommen gesichtet. Zeitliches Abkommen gesichtet. Zeitliches Abkommen gesichtet. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Broom. Hau zu reiten. Peace. Peace. Peace.